Hallo und herzlich willkommen bei DeadLabTV, Ihrem Teleshopping-Sender rund um das Thema Tabletop. Mein Name ist Virginia Rosenberg und ich präsentiere Ihnen heute eine gigantische Auswahl an Tabletop-Produkten. Also greifen Sie schnell zum Hörer, denn wir sind heute ... Ähm, Virginia? Ja? Was machst du hier mit meinem ganzen Pile of Shame-Kram? Das ist nicht dein Pile of Shame. Ja, natürlich, das ist so viel. Warum unterstützt du das? In Geburtstag! Wie Geburtstag? Das ist für unseren Geburtstags-Stream am 9.3. Ab 12.00 Uhr auf Twitch.tv. Komm mal grad her, wir müssen das mal ganz kurz abbrechen. Ähm, das ist so viel Stuff, das ist never für eine Geburtstagsverlosung. Das ist mein Pile of Shame. Nein, René, das hier alles, das ist alleine von Games Island, dass wir das verlosen können. Und außerdem haben wir noch von PKPro eine riesige Kiste mit Hobby-Materialien und auch noch mal zwei Armee-Boxen. Das sind nicht deine. Siehst du? Da, da ist ein PKPro-Sticker drauf. Und siehst du? Hier, da, da ist das Raccoon Rumble-Maskottchen. Das ist alles nicht von dir. Das ist alles von unseren Sponsoren für unseren Geburtstags-Stream am 9.3. ab 12.00 Uhr auf Twitch.tv. Jetzt ernsthaft? Ja! Und was ist, was ist denn hier? Das ist auch alles von PKPro. Das ist alles zum Verlosen. Glaube ich nicht. Doch! Du hast recht? Das ist alles! Ja, dann bis Samstag. Leute, gucken لérien euch an den Tag für kar. Bis zum nächsten Mal. Macho Church. Macho Church Todesрокes! Macho Church. Macho Church. Macho home. Macho Church. Das mache ich nicht! Macho echt nicht! yi